So, mach mir mal eine kleine Testfahrt mit meinem neuen Dampfschiff. Noch mal ein paar Polen nachschmeißen und dann kann die große Fahrt losgehen. So, hier sind die Maschinenanlage, der Vorwärmer, Speisepumpe, Tank, provisorische Tanks und dann mal gucken. Ja, eine ganz gute Reisegeschwindigkeit. Da alcoholic eine sensibel. Und das soll alles schön sein. StBO-dead the auf Untertitelung des ZDF, 2020